Hallihallo, hier ist Hilurike aus Ullis Bastelstübchen. Ja, ich bin wieder in Oldenburg. Wie bereits angekündigt war ich ja in Düsseldorf auf der Onstage-Veranstaltung. Ich kann euch mal sagen, es war anstrengend, aber super toll. Jederzeit wieder und ich habe natürlich auch, wie ihr sehen könnt, geswobbt. Darauf habe ich mich besonders gefreut. Und ja, jetzt ist Montag, jetzt drehe ich für euch das Video und hoffe auch noch, dass ich das heute reingestellt bekomme. Ich habe leider nicht alle meine Swabs wegtauschen können, da ich mittlerweile im Rollstuhl sitze, da ich lange Strecken nicht laufen kann. Und naja, so kann man nicht durch die Gänge huschen, wie auch immer. Aber ich kann euch nur so viel verraten, es war super schön. Der neue Katalog ist Wahnsinn. Er ist absolut traumhaft. Da weiß man wieder gar nicht, wo man anfangen soll, was man zuerst holen soll. Also ich habe meine Favoriten schon raus. Darf ich euch leider noch nicht sagen, aber ich kann euch nur so viel sagen. Er wird super sein, der neue Jahreskatalog. Und die Farben, die neuen Inkolor-Farben sind wow. Absolut. Ja, das sind meine Agatha & Swabs. Ja, wenn ihr ein bisschen Lust habt, zeige ich euch die und auch von wem die gemacht worden sind. Weil das sind immer neue Sachen, auch für mich neue Anregungen. Ich bin total begeistert von den Produkten, die ich natürlich auch gleich schon angeschaut habe mir. Und wir verlegen mal los. Ich schiebe das jetzt mal dabei. So, fangen wir mal an hier. Ich habe jetzt so ein ganz kleines, das ist total niedlich, auch dieses kleine Tütchen. Erstmal aufkriegen. Und zwar ist da die Schere drauf von dem Gastgeber-Set auf dem Frühling-Sommer-Katalog. Und da drin ist, wie ihr sehen könnt, so ein kleines, ja, Notfall-Set. So ein Näh-Set. Total süß, falls jemand einen Knopf an der Bluse verliert oder so. Also absolut Traum aus. Vielen lieben Dank. Und das Ganze kommt von Lola Lorenz. Lola, vielen Dank. Das ist wirklich niedlich gemacht. So, das legen wir mal beiseite. Dann habe ich hier noch eine Karte. Und zwar ist das, ähm, Kalypso. Beziehungsweise meine Rhin-Orange. Ich weiß das Ganze. Ist das Kalypso? Ich glaube, Kalypso. Auch mit der kleinen Glüte ausgestanzt. Wie gesagt, dieser Spruch, das Glück ist eher ein Schmetterling. Jagd ihm nach und das entwischt dir. Setz dich hin und er lässt dich auf deiner Schulter nieder. Das ist ein sehr schöner Spruch. Und das Ganze kommt von Stempelfox. Ja, Stempelfox. Danke. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir hier einmal Lola Lorenz. Oh, total süß gemacht. Hier dieser Wellenkreis auch geinkt. Und da drin ist, haha, aus einem Fruchtgummi. Danke. Das ist auch total niedlich. Danke dir. Und das hat gezaubert. Einen Moment. Das steht hinten drauf. Und zwar von der Michelle Hobie. Michelle. Danke. Das ist echt süß. Süße Idee. Auch mit dem Danke. Total niedlich. So, fangen wir mal mit dem an. Das fand ich auch total süß. Muss ich leider jetzt aufmachen. Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut, da ich das nicht aufmachen wollte. Ich wollte die alle irgendwie soweit unversehrt wieder mit nach Hause nehmen. Weil, wie gesagt, die wurden ja nur hintransportiert und zurücktransportiert. Das Ganze kommt von Stempelgut von Cornelia Berger. Und da ist drin ein Leckerli. Ein kleines Merci Leckerli. Total süße Idee. Aber auch voll die Fummelarbeit, ne. Wenn man überlegt, dass sie das sich ein paar Mal gemacht hat. Ah, und noch eine kleine Anleitung dazu. Total toll. Danke dir. Das werde ich auf jeden Fall auch mal nachbasteln, weil das finde ich total niedlich. So. Das kommt jetzt erstmal hier hin. Wieder hin. So. Dann habe ich Düsseldorf 2016. Geht natürlich auch immer. Ein Envelope-Hansport gemacht. Und ich habe das auch noch nicht aufgemacht, da ich das nicht verpackt machen wollte. Aber ich denke mal, jetzt werde ich es aufmachen, damit es vielleicht was da drin ist. Seht ihr? Aha. Und ein Leckerli. Und da drin. ist Danke fürs Swappen. Gabi Appelt von Gabi Bastelt. Superschön. Auch eine Anleitung, wie sie das gemacht hat. Sehr schön. Danke dir, liebe Gabi. So. Vorsichtig mal eben hinstellen hier. Nicht, dass irgendwas noch kaputt geht. Das wollen wir ja nicht. Diese Haar fand ich auch total witzig. Und ich muss unbedingt gucken, wie sie das gemacht hat. Das ist traumhaft schön. Und zwar geht die Verpackung so auf. Sieht die nicht toll aus? Wow. Auch ein Leckerli. Absolut. Und das Ganze kommt von Mechthild. Kar-Michel. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgedrückt. Auskloppen. Und ich war jetzt weg von mir. Viele Mechthild. Superschön. Und ich hoffe, du hast eine Anleitung auf deinem Blog. Weil das würde mich wirklich interessieren, wie du das gemacht hast. So. Da ich ungern die Schachtel auseinanderbauen möchte. So. Und dann habe ich. Leckerli. Und zwar sind einmal. Die schön mit euch zu feiern. Einfach ein bisschen bestempelt, liebe Dinger. Und das höchste, was ich finde. Wenn man, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Auf diesem Leckerli. Da stehen wir, wurde gestempelt. Wenn ihr das sehen könnt, 2006. Total witzig. Und das Ganze kommt von der Katharina Jakobi. Katharina, danke dir. Total witzig. Absolut. Ja, jetzt zwei in einem. Und zwar sind das Mutter und Tochter. Beide waren da. Und zwar einmal Marlies Dutsch und Kirsten Wendland. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat die Mutter sich altervoll in den Knöchel gebrochen. Und so nach konnte sie leider nicht teilnehmen. Aber ich danke dir trotzdem für den Swap. Die sind beide wunderschön. Hier auch einmal wieder schön, sehr schön gemacht mit dem Botanical Garden. Und hier einmal aus dem T-Set. Du bist die Beste. Wie gesagt, toll. Superschöne Karten, ihr beiden. Ja, hier ist auch einmal Minz-Makrone. Und aus dem neuen Stempel-Set aus dem Frühling-Sommer-Katalog. Süße Frühlingsgrüße. Und das Ganze hat jetzt aber Susanne Schöder. Von Stempel-ABC. Das ist ja auch süß. Vielen Dank. So, was haben wir noch? Ja, hier haben wir auch quasi total süße. Mit Emiler Punchbowl, einen ganz, ganz kleinen Mini-Umschlag gefaltet im Endeffekt. Dann dieses Herz, Herzstamze aus. Vom Herzen. Einfach so. Und dann einfach so ein ganz kleines Tütchen mit dem Tick da drin. Ist das nicht eine süße Idee? Wie gesagt, so klein ich die Bitti-Luftballons ausgestammt. Bisschen Schleif drum. Aber superschön. Danke dir. Leider steht da jetzt nicht bei, von wem das ist. Das ist leider der Nachteil. Ich weiß es nicht. Du kannst mir ja vielleicht mal schreiben, wenn du das siehst, wenn du zusehst, von wem das ist. Würde mich gerne mal interessieren. Weil das ist überhaupt im Gegenteil so schnell. Ja, hier auch einfach wieder diese Zierblüte. Dann wie gesagt, mit den Blumen aus dem Botanical Garden ganz toll. Aus dem Gastgeberungen gesetzt. Finde ich sowieso schön, der Spruch. Bastel dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und das Ganze kommt von Elisabeth Bockmann. Elisabeth, vielen lieben Dank. Das hier, das hat Anja, glaube ich, hieß sie. Ja, Anja. Reit. Atol gemacht. Aus Lüneburg. Das ist ein Schlüsselanhänger. Ich habe schon gesagt, der kriegt einen Ehrenplatz. Und zwar an meiner Schere. Das war das Erste, was ich hatte, wo wir angestanden haben und uns angemeldet haben. Da habe ich mit der Anja schon geplaudert ein wenig. Auch total toll. Hier hinten im Bast, ne, mit dem Friendsportstand, war auch Color of Water koloriert. Und auch dieser kleine Schlüsselanhänger ist total süß gemacht. Also vielen lieben Dank. Echt eine sehr süße Geschenkidee. Dann haben wir hier, absolut schön, eine kleine Minitasche. Auch hier wieder dieses Gestempel, total süß. Wie schön, dass es dich gibt. Schmetterling ausgestanzt. Und da drin ist ein kleiner Rittersport. Und das Ganze kommt von Sabine Helmer aus. Sabine, vielen lieben Dank. Das ist eine wunderschöne kleine Geschenkidee. Absolut. Können wir nur weiterempfehlen. Vielleicht bastel ich mir die auch nochmal nach, weil die finde ich wirklich sehr schön. Vorsichtig für das Anbauwerk. So, dann habe ich, ach ja. Sieh, zwei, drei Sachen konnte ich mir nicht angucken, weil dann hätte ich die Tüten kaputt gemacht. Aber das meiste, Entschuldigung, habe ich mir natürlich angeguckt. Und da ist eine Tüte Haribo drin. Haha, auch eine total süße Geschenkidee. So eine kleine Schachtel in einer Schachtel. Aber mir auch wieder mit dem Papier bzw. Stempel gearbeitet. Total süß. Bastel dir die Welt, wie sie dir gefällt. Und das ist von stempelnmitresos.de. Und zwar von der Renate Kajastok. Renate, vielen Dank. Das ist eine total süße Geschenkidee. Absolut. Aber eigentlich finde ich alles toll. Ja, und das ist eine, mit der habe ich, dadurch, dass ich im Rollstuhl sauber bin, habe ich diesen Augenkontakt nicht so gehabt, diese Augenhöhe. Und das ging manchmal so schnell. Hier ist Frau Zwart weg. Schade, mit der hätte ich mich gerne unterhalten. Und zwar mit der Stempeline. Weil ich bin absoluter Fan von ihr. Und auch die Karte hier mit Timeless Textures, ein bisschen koloriert. Also absolut Stempeline. Genau. Janet Egelmann. Auch eine ganz liebe. So, aber die sind wir alle. Dieses ist ein Kühlschrankmagnet. Und ich weiß, sie hat mir das schon mal erzählt, wie sie es gemacht hat. Ich hoffe, du aus der Kobold-Werkelei, Ilona, ich hoffe, Ilona, du machst darüber mal ein Video. Weil das fand ich total süß. Das ist nämlich, wie gesagt, ein Kühlschrankmagnet. So, also er hängt gleich hoch. Ne, ich hinste mich mal nicht drauf. Und das fand ich so toll. Absolut. Oh, eine sehr tolle Idee. Sie sagt doch, sie hat ganz lange dran gesessen. So, das hier ist Hallihallo. Ein kleine Milka-Schokolade drin. Also überall Leckerli. Immer was für die Figur. Und zwar von Annette Kache. Annette, danke. So, dann haben wir hier ein Bravo, Hurra, Weitervo. Und zwar kommt das Ganze von der gemeinsamen Kreativ von Angelika Niefe. Angelika, das ist eine so tolle Idee. Ich hoffe, du machst mal ein Video. Weil ich finde, das ist nämlich aus dem Umschlagpapier. Und wie ihr sehen könnt, das ist alles gefaltet. Das ist also ein großer Bogen. Ich denke mal 30 mal 30. Hier noch ein You're the Best. Mit dem, aus dem Set, mit Grasgrün. Auch hier das Pünktchenband wieder. Und eine so tolle Idee. Super gefaltet. Ich hoffe, du gibst dir mal die Anleitung drauf. So. Mal gucken, wie das jetzt hier aufgeht. Irgendwie. Ohne das Gepritz. Achso. Gut. Weil das ja nicht immer schade, wenn man das Gepritz machen muss. Und hier ist was. Und zwar ein Glas Marmelade drin. Ich habe mich so drüber gefreut, weil einen Sauerkirsch esse ich gerne. Eine absolut tolle Idee. Sie sagt, kleine Geschenkschaften. Einfach ein bisschen auch total süß bestempelt hier. Und auch hier für dich. Das ist total niedlich. Also absolut. Und das Ganze kommt von Tanja Köpens. Tanja, auch eine sehr liebe Geschenkirche. Danke. Ich werde die Marmelade auf jeden Fall probieren. So, was haben wir noch? Das ist auch eine sehr süße Schachtel. Auch wieder für ein super Mädel. Aus dem Set von Geniale Worte. Geniale Worte. Ich glaube, ja. Und drin ist auch ein Leckerli. Und zwar eine Milka-Schokolade. Und das Ganze kommt von Isabelle Nossay-Ozava. Und ja, ich verpacke es auf Traumabstür. Muss ich echt sagen. Auch sehr genial gemacht. Danke dir. Es sind alle schön. Ich weiß gar nicht, was ich am schönsten finde, wenn ich wählen könnte. Ja, hier auch wieder natürlich Schokolade. You are the star. Auch so ein ZB-Star. Auch total süß gemacht. Und das Ganze kommt von Claudia Mark. Super. Also echt schön. Das habe einen tollen Tag. Das ist hier mit den Dreierlei Blüte. Auch total süß. Und versteckt sie. Eine Kinderregel. Den muss ich jetzt irgendwie mal rauskriegen. Obwohl, der geht. Der von Madeleine Pratz ist der. Das kann ich gerade noch so lesen. Hey. Danke, Madeleine. Auch eine sehr schöne Geschenkidee. Wie gesagt, man ist ja auf dem Demonstrator immer auf Suche nach was Neuem. Danke. Ne, das ist dann auch so. Total süß hier dran geklebt. Eben halt. Kleine süße Karte. Wie gesagt, vom Herzen. Ne. Einfach nur so ein bisschen aufgepeppt hier. Aber schön geprägt noch vorher. Also, das ist auch wieder geprägt. Das Herz. Doch, da steckt viel Arbeit drin. Und jetzt habe ich schwierig können. Oh, ich kann es nicht sehen. Das ist sehr blaster Stempel. Es tut mir leid. Ich kann diesen kleinen Stempel nicht erkennen, wer das sein wird. Melde dich bitte, wenn du dieses Video siehst. Weil es würde mich echt interessieren. Dann schreibe ich mir jetzt nämlich nochmal drauf. Ja, was da drin ist, weiß ich nicht. Weil das Problem ist, Ich müsste es, ich habe schon geguckt, aber ich müsste es kaputt machen. Und das will ich eigentlich überhaupt nicht. Aber sonst komme ich da nicht ran, weil das nämlich zu getackert ist. Und das finde ich eigentlich total doof, wenn man die Sachen kaputt machen muss eigentlich. Aber ich will ja auch wissen, was da drin ist. Ah, auch eine süße Idee. Und zwar ist da ein Honig drin. Lecker. Und zwar ist das von der Andrea Reuter. Danke dir, Andrea. Auch eine total süße, wie gesagt, total süße, ähm, Geschenksatzschachtel. Auch mit dem Garten im Blumen. Ein sehr schönes Set. Das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal zulegen. Das finde ich sehr schön. So, was haben wir denn noch hier überall? Mal gucken, überall sieht noch was rum hier. Und zwar, natürlich Berlin. Berliner Bär. Und ich gehe mal ganz stark von aus. Die Dumme, da haben auch Familie und Tier. Dieses Sunshine, hat die mit Pergamentpapier gemacht. Den Teddybär hat noch eine Runde bekommen. Na klar, Berlin drauf gestempelt. Süße Bärengrüße und viel Erfolg. Und was ist da drin? Ein kleiner Teddybär. Total süß. Ich schenke dir die. Und das Ganze kommt von Delia Kettel. Delia, danke. Das ist auch eine sehr schöne Idee. Auch eine sehr schöne... Jawohl. Sehr schöne Idee mit den Karten. Die hätte ich mir oder wollte ich mir auch aufsuchen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu aufsuchen. Mir manches hat leider schon ein bisschen gelitten, natürlich. Durch hin und her auspacken. Und zwar... Ah. Guck mal hier. Das ist ein kleines Büchlein. Total süß. Und zwar von der Beate Spula. Auch mit Bild. Sehr schön. Und zwar sind das kleine Post-its. Das ist total süß, weil als Buster braucht man natürlich Post-its. Das ist auch sehr schön. Von Stamping Up hier diese Karte reingeht. Sehr schön. Mit Bild sogar. Finde ich traumhaft. Danke dir auch. Sehr schön hier auch wieder die Garden in Blumen. Das ist schön. Da hinten hat sie geprickelt. Man sieht das lecker mal. War nicht so richtig. Da hat sie geprickelt. Total schön. Also absolut. Traumhaft. Aber irgendwie ist alles traumhaft. Die finde ich auch total niedlich. Ich mag hier gerne die ganz kleinen Tüdelkram, weil... So selber mache ich es nicht unbedingt. Aber ich finde die Idee so schön. Voila. Natürlich ein Leckerli. Wie soll es anders sein? Und das Ganze kommt von... Claudia... Oh, das ist ja krank geschrieben. Claudia... Döninger, glaube ich. Claudia Döninger. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ein Leckerli. Aber was ich so toll finde, ist dieses hier. Du hast hier so... Wenn man den Deckel drauf macht, dann ist das eins. Nicht, dass der Deckel übersteht. Total niedliche Idee. Auch von Dreierlei Blüte wieder. Grasgrün, die Neuen im Kellerfarben natürlich. Ja, und hier finde ich auch total süß. Das ist... Ich glaube, Tee ist da drin. Wenn ich mich das recht erinnere. Und zwar einfach so dieser Verschluss, den ich auch total süß finde. Dann ist du... Na? So. Wollte sagen, so. Und dann geht der auf. Und da drin ist Tee. Aber leider kein Name drauf. Ich weiß nicht, wer du... Super Idee. Ich weiß leider nicht. Von wem es ist. Es ist absolut schade, weil ich fände es sehr schön, wenn man dann auch weiß, von wer das Schöne gebaut hat. Falls du das Video siehst, kannst du mir mal eine E-Mail drunter schreiben, von wem es ist. Würde mich interessieren. Weil wie gesagt, es geht beim Swop manchmal auch, weil es immer so in den Pausen geht. Und dann hier für dich, danke, zack, bumm, zurück. Und man selber weiß gar nicht so richtig, von wem war das denn jetzt. Hier habe ich noch nicht reingeguckt, aber man hat mir gesagt, das mache ich jetzt nämlich erst auf. Auch mit der Rose hier, aus dem Set Rosenwunder. Absolut. Hurra, du bist da auch sehr schön. Ich mache das, ich mag das gar nicht richtig aufmachen hier. Also Leinfaden drum auf jeden Fall. Und wie gesagt, und da drin, das hat mir die Dame gesagt, das weiß ich noch, weil man das verhält man ja sofort, hat mir das was Außergewöhnliches, da wäre Knoblauchsalz drin. Da habe ich gedacht, wow, das ist natürlich jetzt auch, das hat die so gemerkt. Ja gut, hier ist es. So, und dann hat sie es da reingefüllt. Fand ich jetzt total süß. Ich mache das mal so. Knoblauchsalz, selbst gemacht, abgefüllt, total süß. Also auch absolut tolle Idee, finde ich das. Und wie gesagt, und jetzt glaube ich, habe ich nur noch eins. Ja, ja und meins eigenes. Das ist von der lieben Donja. Ich sage mal liebevoll meine Stempelmami, obwohl sie eigentlich gar nicht meine Stempelmami ist, aber sie ist eine ganz, ganz liebe Demonstratorin, mit der ich schon auch außerhalb von OnStage schon sehr viel telefoniert habe. Jetzt haben wir uns allerdings kennengelernt, aber irgendwie haben wir uns immer wieder verpasst, dass wir leider nur ein paar Worte noch sprechen können. Liebe Sonja, ich hoffe, irgendwann schaffen wir es mal, ein paar Worte länger zu reden. Und ja, und sie hat auch eine total süße Idee. Und zwar hat sie die Kindheit wieder ein wenig vorgekühlt. Und zwar, ich glaube, das kennen die alle noch. Pust, Fisch. Also der Kindheit, der freut sich natürlich sehr. Ich finde die Idee einfach nur traumhaft, muss ich sagen. Oh, jetzt habe ich hier irgendwo saugigelt. So. Auch total süß hier oben drauf geklappt. 100% Partyspaß. Einmal mit dem Designerpapier hier einfach umklebt. Wie gesagt, und dann dieser Spruch, der ist auch sehr schön, das ist ja unser Leitspruch. Zu lieben, was wir tun, zu teilen, was wir lieben und so mit anderen zu helfen, durch einen kreativen Erfolg zu erzielen. Dadurch zeichnen wir uns auch. Und das stimmt auch. Das ist der Stemming am Leitspruch. So, wie gesagt, Papiertante NF, Sonja, super. Ich habe jetzt endlich mal ganz plett an der Daten, das ist auch sehr schön. Und, wie gesagt, auch eine sehr schöne Idee. Und jetzt glaube ich, bitte damit nicht so weit ruhig. Hier hat sie dann auch, wie gesagt, die großen Fahlen verwendet und so. Düsseldorf, super schöne Idee. So, und jetzt kommen wir, wenn ich das jetzt hier nicht sehe, haben wir gar nichts mehr. Also ich meine, gar nichts mehr ist gut. Wir haben jetzt schon einige Zeit. Jetzt zeige ich euch meinen Swap, meinen kleinen Beitrag für den Stitch. Ich nehme euch jetzt auf, wie gesagt, ich habe es hier nämlich alles losgerollt. Darüber auf jeden Fall habe ich versprochen, werde ich noch ein Video drehen, weil ich Anleitung geschrieben habe ich nicht, die war sehr umfangreich. Also das ist mein Swap. Ich habe mir wieder so kleine Ideebetiketten gemacht für meinen Haum. So sieht das dann aus. Das ist auch jetzt wieder die portanige Garten dabei. Wie gesagt, die kleinen Rosen mit einem Leckerli natürlich. Ja, das war mein Beitrag. Dazu werde ich auf jeden Fall noch ein Video drehen. Und ich hoffe, euch hat meine kleine Einführung Spaß gemacht durch meine Swap-Welt. Mein erstes Mal Swap, ich bin ganz happy. Bekommen auch alle einen Ehrenplatz bei mir in meiner Vitrine. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, ein Video die Woche werde ich wohl noch schaffen. Wie gesagt, bin gerade ganz streng dabei mit meiner Homepage weiterzukommen, weil ich die hier komplett einmal umfrukturiere. Und da werde ich auf jeden Fall das nächste Video wird diese Rose sein. Ja, wenn ihr möchtet, schaut gerne mal wieder vorbei und ich danke euch fürs Zuschauen und sage somit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rieke. Bis zum nächsten Mal.